Grüß Gott, ich hätt gerne eine Tasse Glühwein, bitte. Du weißt doch, dass du keinen Glühwein kriegst. Warum nicht? Das ist wirklich gemein. Ja, weißt du, dass du in einem Kessel reingefüllt bist und seitdem bist du dauerprall. Oh mein Mann, oh. Einmal wieder da, dass du es probierst. Okay.